Die Verbreitung von Legenden 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 Sie schüttelte sich und schaute zu den engen, schlitzähnlichen Fenstern hinüber. Obwohl es früher Nachmittag war, erschien ihr in diesen breiten Graden der Himmel finster und kalt, viel dunkler als der warme und blaue Himmel Kaladans. Plötzlich hatte sie Heimweh. »Ah, hier sind wir, die Verbreitung von Legenden Ah, hier sind wir, die Stimme Herzog Letos. Jessica wirbelte herum, sah ihn in dem gewölbten Gang zum Speisesaal. Seine schwarze Arbeitsuniform mit dem roten Falkenabzeichen, war staubig und sah mitgenommen aus. »Ich hatte schon damit gerechnet, dass du dich in diesem Irrgarten verlaufen hättest«, sagte er. »Es ist kalt hier«, erwiderte Jessica. Sie schaute ihn an, in seiner ganzen Größe, und seine dunkle Haut ließ sie an Olivengewächse und die goldene Sonne auf blauem Wasser denken. Es schien, als sei Nebel in seinen Augen. Sein Gesicht sagte er alles. Es war abgemagert und voller Tieferfalten. Plötzliche Furcht um ihn schnürte ihr die Brust zusammen. Seit er zu der Entscheidung gelangt war, sich dem Befehl des Imperators zu beugen, war er ein anderer Mensch geworden. Wild und vor Entschlossenheit berstend. »Die ganze Stadt wirkt kalt«, sagte Jessica. »Sie ist nun einmal eine schmutzige und verstaubte kleine Garnisonsstadt«, gab er zu. »Aber wir werden das irgendwann ändern«, er warf einen Blick in die Halle. »Dies sind also die Räumlichkeiten für öffentliche Veranstaltungen. Ich habe mir soeben die Familienräume im Südflügel angesehen. Sie gefallen mir schon besser.« Er kam näher und berührte ihren Arm, als bewundere er ihre aufrechte Haltung. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, von wem sie abstammen mochte. Vom Haus eines Renegaten vielleicht? Oder war sie das Produkt einer unstandesgemäßen Verbindung? Sie machte einen königlicheren Eindruck als die gesamte kaiserliche Familie. Unter dem Druck seiner Augen drehte Jessica sich halb zur Seite und wandte ihm ihr Profil zu. Es gab in ihrem Gesicht nichts, das die Aufmerksamkeit eines Betrachters in besonderer Weise auf sich zog. Unter ihrem wie eine Kappe den Kopf umspannenden, wie poliertes Kupfer glänzenden Haar war ein ovales Gesicht. Ihre Augen standen weit auseinander und sie waren so grün und klar wie der Morgenhimmel Kaladans. Die Nase war klein, ihr Mund groß und edel, der Körper ebenmäßig, wenn auch gerade an der Grenze zur Hagerkeit. Jessica war groß und überschlank. Er erinnerte sich, dass die anderen Mädchen auf der Schule sie »die Dürre« genannt hatten. Die Beschreibung hatte sich als Übertreibung erwiesen. Jessica war es gelungen, wieder etwas Schönheit in die Familie Atreides zu bringen. Er empfand Genugtuung darüber, dass Paul in seinem äußeren eher auf sie herauskam als auf ihn. »Wo ist Paul?«, fragte er. »Irgendwo im Haus. Jue unterrichtet ihn.« »Möglicherweise im Südflügel«, vermutete er. »Einmal glaubte ich sogar, Jues Stimme zu hören, aber ich hatte nicht die Zeit, um nachzusehen.« Er blickte sie an und zögerte. »Ich bin eigentlich nur herübergekommen, um den Schlüssel von Burkalladan am Speisesaal aufzuhängen.« Den Atem anhaltend unterdrückte sie den Impuls, die Arme nach ihm auszustrecken. Den Schlüssel aufhängen. Das war gleichbedeutend mit Endgültigkeit. Aber jetzt war weder die richtige Zeit noch der richtige Ort, sich zu sorgen. »Als ich hereinkam, sah ich unsere Flagge über dem Haus wehen«, bemerkte sie. Er warf einen Blick auf das Gemälde seines Vaters. »Wo willst du das aufhängen?« »Irgendwo in diesem Raum.« »Nein.« Die Art, wie er seine Ablehnung zum Ausdruck brachte, zeigte ihr, dass jeglicher Widerspruch fehl am Platze war. Dennoch musste sie es versuchen. »Milord«, begann sie, »wenn dir«, »meine Antwort heißt nein. Ich bin bereit, dir in vielem anderen etwas zuzugestehen, aber in diesem Fall nicht. Ich komme gerade aus dem Speisesaal, und dort gibt es »Milord, bitte«. »Es geht also darum, was wichtiger ist. Mein Familiensinn oder deine Verdauung«, führte er aus. »Das Gemälde kommt dennoch in den Speisesaal.« Sie seufzte. »Ja, Milord, es steht dir allerdings frei, auch weiterhin in deiner Suite zu essen. Ich erwarte lediglich, dass du zu offiziellen Anlässen an meiner Seite sitzt. Vielen Dank, Milord, und hör damit auf, mir diese formalistischen Antworten zu geben. Du solltest dankbar dafür sein, dass ich dich nie geheiratet habe, meine Liebe. Denn dann würde es zu deinen Pflichten gehören, das Mahl mit mir einzunehmen.« Ohne auch nur einen Gesichtsmuskel zu verziehen, nickte sie. »Havard hat bereits unseren Gift auf Spürer an der Tafel befestigt«, erklärte er. »In deiner Suite steht ein tragbares Gerät.« »Du hast diese Schwierigkeiten also schon vorausgesehen«, sagte Jessica. »Ich dachte ebenso an deine Bequemlichkeit, meine Liebe, und habe deshalb Personal engagiert. Es sind Eingeborene, doch Havard hat sie ausnahmslos untersucht. »Främen, sie werden uns zur Hand gehen, bis wir unsere eigenen Leute von momentanen, anderen Pflichten befreien können.« »Können wir überhaupt jemandem vertrauen?« »Jedem, der die Harkonnen hasst. Vielleicht möchtest du nach einer gewissen Zeit sogar die Haushofmeisterin in deinen Diensten behalten. Sie nennt sich Shadud Mabes.« »Shadud«, sagte Jessica nachdenklich. »Ist das nicht eine Art Titel bei den Främen?« »Ich habe gehört, dass es so viel wie Wasserholer bedeutet. Ein Wort, das eine wichtigere Bedeutung hat, als man sich vorstellen kann. Sie ist vielleicht nicht die typische Untergebene, aber nach Dankens Berichten spricht Havard von ihr als von einer ehrenhaften Person. Sie sind beide davon überzeugt, dass sie willig ist zu dienen. Ganz speziell dir.« »Mir?« »Mir?« »Die Främen wissen, dass du eine Bene Gesserit bist. Es gibt hier einige Legenden über euch.« »Dafür hat die Missionaria protektiver gesorgt«, dachte Jessica. »Jede Welt ist vorbereitet.« »Bedeutet das, dass Duncan Erfolg hatte?« Fragte sie. »Werden die Främen mit uns zusammenarbeiten?« »Es sind noch keine endgültigen Abmachungen getroffen worden«, erwiderte er. »Duncan glaubt, dass sie uns erst eine Weile beobachten wollen. Sie haben allerdings versprochen, unsere weit entlegenen Dörfer nicht mehr heimzusuchen. Das ist ein wichtigerer Gewinn, als es scheint. Havard meint, die Främen seien ein hartnäckiger Stachel an der Kehle der Harkonnen gewesen, obwohl es ziemlich geheim gehalten wurde, welchen Schaden sie hinzufügten, damit der Imperator nichts von der Hilflosigkeit der Harkonnen-Truppen erfuhr. »Eine Haushofmeisterin aus den Reihen der Främen«, sinnierte Jessica. »Hat sie auch diese blauen Augen?« »Lass dich von ihrem Aussehen nicht verwirren«, sagte der Herzog. »Sie verfügen über Kräfte und eine Vitalität, die mir anderswo noch nicht begegnet ist. Ich glaube, dass sie über all das verfügen, was wir gebrauchen können.« »Es ist ein gefährliches Spiel.« »Lass uns nicht wieder davon anfangen«, sie versuchte ein Lächeln. »Wir sind ihnen ausgeliefert, daran zweifle ich nicht.« Zwei tiefe Atemzüge brachten ihr wieder die Ruhe. Dann fragte sie, »Wenn ich die Privaträume einrichte, soll ich da etwas Spezielles für dich reservieren?« »Eines Tages«, erwiderte er, »musst du mir erklären, wie du das schaffst, deine Sorgen einfach beiseite zu schieben und zum sachlichen Teil überzugehen. Irgendein Geheimnis der Bene Gesserit muss damit zusammenhängen.« »Es ist einfach ein weibliches Geheimnis«, meinte sie lächelnd. Der Herzog lächelte ebenfalls. »Nun, was die Belegung der Räumlichkeiten angeht, so solltest du dafür Sorge tragen, dass ich in der Nähe meines Schlafgemachs genügend Platz für meine Bürotätigkeiten erhalte. Es wird hier garantiert mehr Papierkram zu erledigen geben als auf Kaladan und einen Raum für die Wache natürlich. Das sollte es auch schon sein. Und mach dir keine Sorgen über die allgemeine Sicherheit des Hauses. Havert's Männer haben es einer gründlichen Untersuchung unterzogen.« »Daran zweifle ich nicht.« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Ach ja, alle unsere Uhren sollten auf die örtliche Zeit umgestellt werden. Ich habe bereits einen Techniker angefordert. Er müsste bald da sein.« Der Herzog striche eine Haarsträhne aus der Stirn. »Ich muss jetzt zum Landefeld zurück. In wenigen Minuten landet die zweite Fähre mit der Stabsreserve.« »Wäre es nicht besser, wenn Havert das übernehme, Milord? Du siehst erschöpft aus.« »Der gute Tufir ist noch mehr beschäftigt als ich. Du weißt, dass dieser Planet durch die Intrigen der Hakonnen herabgewirtschaftet wurde. Außerdem muss ich versuchen, einige ausgebildete Gewürzsucher, die wegen des Lehenswechsels Arrakis verlassen wollen, zum Bleiben zu überreden. Sie haben das Recht, dazu zu gehen, und dieser Planetologe, den der Imperator und der Landsrat als Schlichter eingesetzt haben, ist unbestechlich. Er lässt den Leuten die freie Wahl. Es sind 800 Leute, die Arrakis verlassen wollen, sobald die nächste Fähre zum Schiff der Gilde abgeht. »Milord«, zögernd brach sie ab. »Ja?« »Er wird sich nicht davon abbringen lassen, diesen Planeten sicher für uns zu machen,« dachte sie. »Ich kann einfach nicht einen meiner Tricks gegen ihn anwenden.« »Um welche Zeit werden wir das Dinner einnehmen?«, fragte sie. »Das war es nicht, was sie mich fragen wollte«, dachte der Herzog. »Ach, Jessica, ich wünschte auch, wir wären nicht hier an diesem schrecklichen Ort, sondern irgendwo weit weg. Wir beide ganz allein, ohne sich um irgendetwas Gedanken zu machen. »Ich werde auf dem Landefeld essen«, erwiderte er, »in der Offiziersmesse. Erwarte mich nicht so bald zurück, und ich sende einen Wagen für Paul. Ich möchte, dass er bei unserer Strategiekonferenz zugegen ist.« Er räusperte sich, als wolle er noch etwas sagen, drehte sich aber plötzlich und unerwartet um und ging hinaus, in Richtung auf die Vorhalle, wo weiterhin Gepäckstücke abgeladen wurden. Von irgendwo dort draußen hörte sie noch einmal seine Stimme, im charakteristischen Tonfall, den er immer anschlug, wenn er in Eile war und mit Bediensteten sprach. »Lady Jessica befindet sich im großen Saal. Geh sofort zu ihr.« Die Außentür wurde zugeschlagen. Jessica wandte sich ab und betrachtete das Gemälde von Letos Vater. Er hatte es anfertigen lassen von einem berühmten Künstler namens Albe. Es zeigte den alten Herzog in seinen mittleren Jahren, bekleidet mit dem Kostüm eines Matadors, einen roten Umhang über dem linken Arm haltend. Sein Gesicht wirkte jung. Er musste damals kaum älter gewesen sein als Leto. Er hatte die gleichen falkenähnlichen Züge und grauen Augen wie sein Sohn. Die Hände in die Seiten gestemmt, betrachtete sie das Bild. »Ich verfluche dich. Ich verfluche dich«, flüsterte sie. »Wie lauten ihre Befehle, hochwohlgeboren?« Die Stimme einer Frau. Sie klang dünn und brüchig. Als Jessica sich ihr zuwandte, sah sie eine knochige, grauhaarige Frau in einem formlosen Sackkleid brauner Farbe. Sie machte den gleichen ausgetrockneten und runzligen Eindruck wie all die anderen Leute, die sie am Morgen ihrer Ankunft in den Straßen gesehen hatte. Obwohl Leto behauptet hatte, sie seien stark und vital, erinnerten sie Jessica in erster Linie an Elendsgestalten. Aber da waren noch diese Augen, unübersehbar, in ihrer schockierenden, völligen Bläue und ohne jegliches Weiß. Geheimnisvoll. Mysteriös. Jessica musste sich dazu zwingen, die Frau nicht anzustarren. Mit einem steifen Nicken sagte die Frau, »Man nennt mich Shadou Mabes, Hochwohlgeborene. Wie lauten ihre Befehle?« »Du kannst mich mit Milady ansprechen«, sagte Jessica. »Ich bin keine Hochwohlgeborene. Ich bin lediglich die Konkubine des Herzogs.« Die Frau nickte erneut in ihrer seltsamen Art und musterte Jessica mit einem fragenden Blick. »Dann gibt es auch eine Ehefrau?« »Es gibt sie nicht. Es hat auch nie eine gegeben.« »Ich bin die Einzige.« »Gesellschaft des Herzogs und die Mutter seines Erben.« Während sie sprach, lauschte Jessica dem stolzen Klang ihrer Worte. »Was hat St. Augustine gesagt?« fragte sie sich. »Das Bewusstsein steuert den Körper, und dieser gehorcht. Wenn das Bewusstsein sich selbst befiehlt, trifft es auf Widerstand.« »Ja, ich stoße auf ständig größeren Widerstand.« Ein kleiner Rückzug könnte mir nicht schaden.« Von draußen drang ein erschreckender Schrei an ihre Ohren. Dann noch einmal. »Sususuk! Sususuk!« Dann »Ikutai! Ikutai!« Und schließlich wieder. »Sususuk!« Erschreckt fragte sie. »Was hat das zu bedeuten? Ich habe das bereits mehrere Male gehört, als wir durch die Stadt fuhren heute Morgen. Nur ein Wasserverkäufer, Milady. Es gibt keinen Grund für sie, sich darüber Gedanken zu machen. Die Zisterne ihrer Residenz enthält 50.000 Liter, und man trägt Sorge dafür, dass sie niemals leer wird.« Sie sah an ihrer Kleidung herunter. »Ich brauche hier nicht einmal meinen Destillanzug zu tragen.« Sie lächelte. »Und ich lebe trotzdem noch.« Jessica zögerte, die Frau noch weiter über sich auszufragen. Im Moment gab es nichts Wichtigeres, als einigermaßen Ordnung in diese Burg hineinzubekommen. Dass Wasser allerdings einen beträchtlichen Teil ihres neuen Reichtums ausmachen sollte, fand sie nicht sehr beruhigend. »Der Herzog hat mir von deinem Titel erzählt, Schadud«, sagte sie. »Ich kenne die Bedeutung dieses Wortes. Es ist sehr alt.« »Sie beherrschen die alten Sprachen?«, fragte Mabes. Beinah begierig schien sie auf Jessicas Antwort zu warten. »Das Erste, was die Bene Gesserit lernen, sind Sprachen. Ich kenne die Sprache der Botanijib und die der Schakopser. Aber auch alle Jägersprachen.« Mabes nickte. »Genau wie die Legende behauptet.« Jessica fragte sich, »Warum spiele ich überhaupt diese Komödie mit?« Aber die Wege der Bene Gesserit waren rätselhaft und unerforschlich. »Ich kenne die dunklen Ereignisse und die Wege der großen Mutter«, fuhr Jessica fort und erkannte die offen sichtbare Wirkung auf diese kleinen Tricks in Mabes' Gesicht. »Miseses Prejia«, sagte sie in der Sprache der Schakopser. »Andral trepera, trada sig buscacri, misesis peracri.« Mabes machte einen Schritt rückwärts, als bereite sie sich auf eine schnelle Flucht vor. »Ich weiß viele Dinge«, sagte Jessica. »Ich weiß, dass du Kinder geboren hast und Geliebte verlorst. Dass du dich in Furcht versteckt hieltest und dass du Gewalttätigkeiten begangen hast und weiterbegehen wirst. »Ich weiß viele Dinge«, leise erwiderte Mabes. »Ich hatte nichts Böses vor, Milady.« »Du bist auf der Suche nach den Antworten auf die Legenden«, fuhr Jessica fort. »Aber sei vorsichtig, welche Antworten du auch finden wirst. Ich weiß, dass du eine Waffe an dir verborgen hältst.« »Milady, ich...« »Natürlich besteht die vage Möglichkeit, dass du mich ermorden könntest«, sprach Jessica ungerührt weiter. »Aber ohne es zu ahnen, würdest du damit ein größeres Unheil heraufbeschwören, als du dir vorstellen kannst.« »Es gibt schlimmere Dinge als den Tod. Auch für dein gesamtes Volk.« »Milady«, bat Mabes. Sie fiel beinahe vor Jessica auf die Knie. »Die Waffe sollte ein Geschenk sein, stellte sich heraus, dass sie die sind, die wir erhoffen.« »Oder das Werkzeug meines Todes, wenn sich die Hoffnung als falsch erweist.« Jessica wartete unbeweglich in jener Stellung, die einen offenen Angriff auf eine Bene Gesserit eminent erschwerte. »Jetzt muss ich zeigen, wie ihre Entscheidung ausfällt«, dachte sie. Langsam schoben sich Mabes Finger an ihren Nacken. In ihren Händen lag eine dunkle Scheide, in der sich ein Messer befand, dessen Griff schwarz und von Rillen bedeckt war. Sie zog die Klinge heraus und hielt sie hoch. Sie war von milchweißer Farbe und schien aus sich selbst heraus zu leuchten. Die Klinge war beidseitig wie bei einem Kinnschal und etwa zwanzig Zentimeter lang. »Wissen Sie, was das ist, Milady?«, fragte Mabes. Es konnte sich nur um eines handeln. Das wurde Jessica sofort klar. Um eines jener sagenumwobenen Christmesser von Arrakis. Eine Klinge, die man außerhalb des Planeten noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Der Gegenstand vieler Gerüchte und wildester Fantasien. »Ein Christmesser«, sagte sie. »Benutzen Sie diesen Ausdruck nicht leichtfertig«, warnte Mabes. »Kennen Sie die Bedeutung dieses Wortes?« Jessica dachte, »diese Frage hat einen Haken. Es muss einen bestimmten Grund geben, dass die Främen mir diese Frage stellen. »Möglicherweise kann meine Antwort irgendeine Gewalt heraufbeschwören oder etwas anderes.« Sie wartet darauf, dass ich ihr eine ganz bestimmte Antwort gebe über die Bedeutung dieses Messers. In der Sprache der Schakobser wird Mabes Schadud genannt. Im gleichen Dialekt bedeutet Messer Todesbringer. Sie wartet. »Ich muss ihr jetzt eine Antwort geben. Wenn ich zu lange zögere, kann das die gleichen negativen Auswirkungen haben, als würde ich eine falsche Antwort geben.« »Es ist ein Bringer«, sagte Jessica. »Eggie«, jubelte Mabes. Und es klang, als sei sie erleichtert und bekümmert zugleich. Sie zitterte so stark, dass das reflektierende Licht die Klinge des Messers zum Aufblitzen brachte. Jessica wartete gespannt. Eigentlich hatte sie beabsichtigt, »Todesbringer« zu sagen, aber irgendwie hatte sie jeder ihrer Sinne davor gewarnt, die Bedeutung des Messers in seiner Gänze auszusprechen. Der Schlüsselbegriff war »Bringer«. 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 Immer noch hielt Mabes die Klinge so, als habe sie sich noch nicht entschieden, sie zu benutzen. Jessica sagte, »Glaubtest du ernsthaft, dass ich, die ich die Geheimnisse der großen Mutter kenne, nicht die Bedeutung eines Bringers verstehe?« Mabes lockerte ihren Griff. »Wenn jemand so lange wie ich mit der Prophezeiung gelebt hat und ihr dann plötzlich gegenübersteht, ist das wie ein Schock, Milady.« Jessica dachte an die Prophezeiung, an die Scharia und die anderen Bestandteile der Panoplia Propheticus, die eine jetzt schon längst nicht mehr lebende Bene Gesserit der Bevölkerung von Arrakis nahegebracht hatte, einzig und allein zu dem Zweck, eine Legendenbildung voranzutreiben, die eines Tages in ferner Zukunft eine andere Bene Gesserit dazu benutzen konnte, im Kreise der Främen Hilfe zu erlangen. Und jetzt war dieser Tag gekommen. Mabes steckte das Messer in die Scheide zurück und sagte, »Dieses Messer ist auf keine bestimmte Person fixiert, Milady. Behalten Sie es in Ihrer Nähe. Wenn es länger als eine Woche von Ihnen entfernt ist, fängt es an, sich aufzulösen. Es ist für Sie, gemacht aus dem Zahn eines Scheihulut, solange Sie leben.« Jessica streckte die rechte Hand aus und sagte, »Du hast es in die Scheide zurückgesteckt, ohne dass Blut an ihm haftet, Mabes.« Mit einem Aufstöhnen ließ Mabes das Messer in Jessicas Handfläche fallen, öffnete über ihrer Brust das Gewand und rief, »Nimm das Wasser meines Lebens!« Jessica zog die Klinge aus der Scheide. Wie sie glitzerte. Sie richtete die Spitze auf Mabes und sah, wie Todesangst sich auf die Züge der Frau legte. »Ob die Klinge vergiftet ist?« fragte sie sich. Mit der Spitze ritzte sie ganz leicht Mabes Haut über der linken Brust ein. Ein dicker Blutstropfen erschien. Das war alles. »Es gerinnt mit unbegreiflicher Schnelligkeit«, dachte sie. »Eine Mutation, die zu große Flüssigkeitsverluste verhindert?« Sie ließ die Klinge wieder in der Scheide verschwinden und sagte, »Schließe deine Kleider, Mabes.« Zitternd gehorchte die Frau. Die Augen, in denen sich nicht das geringste Weiß befand, schienen sich an Jessica festzusaugen. »Sie gehören zu uns«, murmelte sie. »Sie sind die Erwartete.« Von der Eingangshalle erklang erneut das Geräusch abgeladener Fracht. Blitzschnell griff Mabes nach der Messerhülle und schob sie unter Jessicas Gewand. »Wer das Messer sieht, muss gereinigt oder erschlagen werden«, keuchte sie. »Denken Sie immer daran, Milady.« »Ich weiß es jetzt«, dachte Jessica. Aber die Pagger verschwanden wieder, ohne den großen Saal zu betreten. Mabes riss sich zusammen und sagte, »Die Ungereinigten, die ein Christmesser erblickt haben, dürfen Arrakis nicht lebend verlassen. Vergessen Sie das nie, Milady. Ihnen ist heute ein Christmesser anvertraut worden.« Sie atmete schwer. »Nun müssen die Dinge ihren Gang gehen. Es darf nichts überstürzt werden.« Sie warf einen Blick auf die aufgestapelten Kisten und Schachteln, die fast den ganzen Saal einnahmen. »Und in der Zwischenzeit gibt es hier eine Menge Arbeit für uns zu tun.« Jessica zögerte. »Die Dinge müssen ihren Gang gehen. Das war eine der üblichen Beschwörungen der Missionaria Protektiva. »Bis die Ankunft der ehrwürdigen Mutter euch die Freiheit bringt.« »Aber ich bin keine ehrwürdige Mutter«, dachte sie. Und plötzlich, »Große Mutter?« »Das haben Sie also hier verbreitet. Arrakis muss einem besonderen Zweck dienen.« In sachlichem Tonfall sagte Mapes, »Was sollte ich Ihrer Meinung nach zuerst tun, Milady?« Der Instinkt warnte Jessica in diesen Worten, nichts Zufälliges zu sehen. Sie erwiderte, »Das Gemälde des alten Herzogs muss im Speisesaal aufgehängt werden. Der Schädel dieses Stiers soll genau gegenüber dem Gemälde befestigt werden.« Mapes ging zum Schädel hinüber. »Es muss eine riesige Bestie gewesen sein, wenn sie solch einen Schädel hatte«, meinte sie. Sie blieb stehen. »Sollte ich ihn nicht vorher reinigen, Milady?« »Nein. Aber die Hörner sind etwas schmutzig geworden.« »Das ist kein Schmutz, Mapes, sondern das Blut des alten Herzogs. Man hat sie nach dem Tod des Herzogs mit einer transparenten Konservierungsflüssigkeit eingesprüht.« Mapes sagte erschreckt. »Oh, jetzt verstehe ich.« »Es ist nur Blut«, sagte Jessica. »Altes Blut. Jemand sollte dir dabei helfen, das Bild aufzuhängen. Es ist schwer.« »Glauben Sie, das Blut würde mich ängstigen?«, fragte Mapes. »Als Kind der Wüste habe ich schon eine Menge davon gesehen.« »Das kann ich verstehen«, meinte Jessica. »Und einiges davon gehörte mir selbst«, fuhr Mapes fort. »Es war meist mehr als das, was ihr kleiner Kratzer erzeugte.« »Wäre es dir lieber gewesen, wenn ich fester zugestochen hätte?« »Oh nein. Die Körperflüssigkeiten sind zu kostbar, um allzu viel davon zu verschwenden.« »Wie sie es taten, war es schon richtig.« Die Art und Weise, wie sie dies sagte, ließ Jessica die Implikation der Phrase »Die Körperflüssigkeiten« besser verstehen. Wieder wurde ihr die Wichtigkeit des Wassers auf Arrakis bewusst. »Auf welche Wand des Speisesalz soll ich nun was hängen, Milady?«, fragte Mapes. »Sie ist sehr praktisch veranlagt, diese Mapes«, dachte Jessica. »Und das ist es, was die Fremen auszeichnet.« »Der Drang, irgendetwas zu unternehmen.« Laut sagte sie, »Treffe deine eigenen Entscheidungen, Mapes. Es ist wirklich egal, was wo hängt.« »Wie Sie wünschen, Milady«, Mapes bückte sich und nahm den Schädel auf. »Dieser Stier hat den alten Herzog getötet?«, fragte sie. »Soll ich jemanden rufen, der dir beim Anfassen hilft?«, fragte Jessica. »Ich mache das schon, Milady.« »Ja«, dachte Jessica. »Sie wird es schon machen.« Sie fühlte die alte Lederscheide des Christmesters an ihrem Körper und erinnerte sich an die ganze Kette der Bene Gesserit-Verhaltensweisen, auf die sie hier gestoßen war. Es war diesen Verhaltensweisen zu verdanken, dass sie eine tödliche Krise überstanden hatte. »Es darf nichts überstürzt werden«, hatte Mapes gesagt. Aber dennoch war in ihr der Drang, irgendeinen Vorsprung aufzuholen, ein Drang, der ihr zu schaffen machte. Und weder die gesamten Vorbereitungen der Missionaria Protectiva noch Havert's misstrauische Untersuchung dieses felsigen Gemäuers konnten dieses Gefühl mindern. »Wenn du mit dem Aufhängen fertig bist«, sagte Jessica, »kannst du mit dem Auspacken der Kisten beginnen. Einer der Packer in der Vorhalle hat alle nötigen Schlüssel und weiß, wo alles hingehört. Lass dir die Schlüssel und eine Liste geben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, findest du mich im Südflügel.« »Wie Sie wünschen, Milady«, sagte Mapes. Jessica wandte sich ab und dachte, Havert mag der Meinung sein, diese Residenz sei sicher. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich fühle es. Das plötzliche Verlangen, ihren Sohn zu sehen, ergriff von ihr Besitz. Sie ging in den gewölbten Korridor hinaus, der in die Richtung des Speiseraums und der Privaträume führte. Sie wurde mit jedem Schritt schneller. Zum Schluss rannte sie beinahe. Hinter ihrem Rücken hielt Mapes für einen Augenblick in der Arbeit inne und sah ihr nach. »Sie ist wirklich die Erwartete«, murmelte sie. Armes Ding. »Jué, Jué, Jué«, lautet der Refrain. Eine Million Tote sind nicht genug für Jué. Aus die Kindheitsgeschichte des Muad'Dib von Prinzessin Irolan. Die Tür war nur angelehnt. Jessica passierte die Schwelle und betrat einen Raum mit gelben Wänden. Ihre linke Hand strich über ein kleines Sofa, das schwarz bezogen war, und zwei Bücherregale, an denen jemand eine Wasserflasche aufgehängt hatte, die staubig aussah. Zu ihrer rechten, zu beiden Seiten einer zweiten Tür, standen weitere, noch leere Regale. Ein kaladanischer Tisch und drei Stühle. Am Fenster, ihr direkt gegenüber, stand Dr. Jué, hielt ihr den Rücken zugewandt und schaute nach draußen. Jessica machte einen weiteren, lautlosen Schritt. Ihr fiel auf, dass Jués Umhang zerknittert war. Weiße Streifen an seinem linken Ellbogen deuteten darauf hin, dass er sich gegen eine gekalkte Wand gelehnt haben musste. Von hinten wirkte er wie eine fleischlose, hölzerne Figur, die man in übergroße Kleidung gesteckt hatte. Eine Marionette, die darauf wartete, dass ihr Akteur jeden Augenblick an den Fäden zog und sie in Bewegung setzte. Lediglich der viereckige Schädel mit dem langen, ebenholzfarbenen, von einem Zugring gehaltenen Haar schien von Leben erfüllt. Er bewegte sich sachte, als verfolge er irgendeine Bewegung, die sich außerhalb des Hauses abspielte. Erneut warf sie einen Blick durch das Zimmer, ohne eine Spur von ihrem Sohn zu entdecken. Sie wusste, dass die Tür zu ihrer Rechten in einen kleinen Schlafraum führte, der Paul, wie er gesagt hatte, gefiel. »Guten Tag, Dr. Jué,« sagte sie. »Ist Paul nicht hier?« Jué nickte, als meine er damit jemanden, der draußen stand und sagte, ohne sich umzudrehen. »Ihr Sohn war müde, Jessica. Ich habe ihn ins Nebenzimmer geschickt, damit er sich etwas ausruhen kann.« Er richtete sich plötzlich auf, wirbelte herum und sein herabhängender Schnauzbart geriet in Bewegung. »Vergeben Sie mir, Lady Jessica. Ich war mit meinen Gedanken überhaupt nicht bei der Sache. Ich, ich, ich wollte nicht vertraulich werden.« Lächelnd streckte sie die rechte Hand aus. Einen Moment lang befürchtete sie, er würde vor ihr auf die Knie fallen. »Wellington, ich bitte Sie.« »Aber ich habe nur Ihren Vornamen gebraucht. Wir kennen uns jetzt bereits seit sechs Jahren,« erwiderte Jessica. »Und es ist eigentlich an der Zeit, dass wir diese Formalitäten fallen lassen, solange wir unter uns sind.« Yui versuchte ein mattes Lächeln und dachte, »Ich glaube, es hat gewirkt. Wenn ich mich jetzt weiterhin ungewöhnlich benehme, muss sie annehmen, ich handelte aus Verlegenheit. Sie wird nicht mehr nach Hintergründen suchen, wenn sie meint, die Antwort schon zu kennen.« »Ich fürchte, ich war etwas geistesabwesend,« entschuldigte er sich. »Immer wenn ich mir Sorgen um sie mache, denke ich von ihnen nur als Jessica.« »Sorgen um mich? Aber warum denn?« Yui zuckte mit den Schultern. Er hatte schon vor geraumer Zeit festgestellt, dass Jessica nicht die gleichen seherischen Fähigkeiten wie seine Wanner besaß. Dennoch sagte er in ihrer Gegenwart tunlichst die Wahrheit. Es war am sichersten so. »Sie haben die Stadt gesehen, Miele...« »Jessica...« Er stolperte über die Anrede und fuhr schnell fort. »Im Vergleich zu Kalladan ist ja alles kahl und öde. Und erst die Leute, die Frauen, an denen wir auf dem Weg hierher vorbeikamen, wie sie uns angestarrt haben.« Jessica verschränkte die Arme vor der Brust, als wollte sie sich selbst umarmen. Sie fühlte deutlich das Kreismesser unter dem Gewand, die Klinge, die aus dem Zahn eines Sandwurms hergestellt worden war, wenn es stimmte, was sie erfahren hatte. »Das haben sie getan, weil wir Fremde für sie sind. Andere Leute, andere Sitten. Bisher haben sie lediglich die Harkonnen kennengelernt.« Sie warf ebenfalls einen Blick aus dem Fenster. »Gibt es etwas Besonderes da draußen, dem sie ihre Aufmerksamkeit schenken?« Yui wandte sich um. »Den Leuten!« Jessica stellte sich neben ihn und schaute auf die linke Häuserfront, die im Brennpunkt von Yui's Aufmerksamkeit lag. Eine Reihe von etwa zwanzig Palmen wuchs dort aus dem öden Boden. Ein Maschendrahtzaun trennte sie von der Straße, auf der vermummte Leute sich bewegten. Sie entdeckte ein mattes Schimmern zwischen sich und diesen Leuten mitten in der Luft. Ein Hausschild. Und wandte ihre Aufmerksamkeit weiter den Leuten zu, die Yui's Bewusstsein offenbar stark beschäftigten. Die plötzliche Klarheit der Erkenntnis verwirrte sie so stark, dass sie sich mit der flachen Hand einen Schlag gegen die Wange versetzte. Die Art, in der die Menschen dort draußen die Palmen ansahen. Sie sah Neid und sogar Hass in ihren Blicken. Und auch ein wenig Hoffnung. Jeder der Vorübergehenden warf einen aussagestarken Blick auf die Bäume. »Wissen Sie, was die Leute denken?« fragte Yui. »Setzen Sie voraus, dass ich Gedanken lesen kann?« »Sie schauen auf die Bäume und denken, dort sind einhundert von uns.« »Das denken Sie.« »Es ist nicht schwer zu erraten.« verwirrt, sagt Jessica Yui an. »Wieso?« »Es handelt sich um Dattelpalmen,« erklärte er. »Eine einzige von ihnen benötigt vierzig Liter Wasser am Tag. Ein Mensch benötigt auf Arrakis acht Liter. Eine Palme bekommt also so viel wie fünf Menschen. Und da es zwanzig Palmen sind, trinken sie das Wasser von hundert Menschen. Aber einige dieser Leute sehen die Palmen an, als erhofften sie sich etwas. Sie hoffen lediglich darauf, dass einige der Palmen eingehen. Ich glaube, wir sehen diesen Planeten einfach mit überkritischen Augen,« sagte Jessica. »Es gibt neben den Gefahren auch Hoffnung hier. Das Gewürz könnte uns reich machen. Wenn wir erst über das nötige Kapital verfügen, können wir aus dieser Welt das machen, was wir uns erträumen.« Innerlich lachte sie über sich selbst. »Wem versuche ich eigentlich hier etwas einzureden?« Das Lachen erstarb von ganz allein in ihr. »Aber Sicherheit ist etwas, das man nicht kaufen kann.« Huey wandte sich ab, als wolle er sein Gesicht vor ihren Augen fernhalten. »Wenn ich diese Leute doch nur hassen könnte, anstatt sie zu lieben.« In gewisser Weise erinnerte Jessica ihn an Wanner. Aber genau dieser Gedanke war es, der ihn innerlich verhärten ließ und zu seinem Ziel zurückführte. Der Grausamkeit der Harkonnen vermochte er nichts entgegenzusetzen. Vielleicht war Wanner doch noch am Leben. Er musste es ganz sicher wissen. »Machen Sie sich keine Sorgen um uns, Wellington,« sagte Jessica. »Das ist unser Problem, nicht das Ihre.« »Sie glaubt, ich mache mir Sorgen um sie.« Er musste sich dazu zwingen, die Tränen zurückzuhalten. »Und sie hat damit wirklich nicht Unrecht.« »Aber ich werde eine Möglichkeit finden, mich an dem schwarzen Baron zu rächen, und zwar in der Sekunde seines höchsten Triumphs.« Er seufzte. »Würde Paulus stören, wenn ich einen kurzen Blick hineinwerfe?« fragte Jessica. »Natürlich nicht. Ich habe ihm ein Schlafmittel verabreicht.« »Hat er die Veränderung positiv aufgenommen?« »Außer, dass er ein bisschen müde war?« »Ja.« »Er ist ein bisschen nervös. Aber welcher fünfzehnjährige Junge würde das unter diesen Umständen nicht sein?« Yui ging zur Tür hinüber und öffnete sie. »Da ist er.« Jessica folgte ihm und blickte in den abgedunkelten Raum. Paul lag auf einem Feldbett. Während ein Arm unter der leichten Decke lag, hatte er den anderen über die Stirn gelegt. Jalousien am Fenster neben dem Bett warfen Schatten über sein Gesicht und den Teppich. Sie musterte ihren Sohn und bemerkte die ovale Form des Kopfes, der dem ihren glich. Sein Haar war das des Herzogs, tiefschwarz und zerzaust. Lange Strähnen verbargen seine Augen. Jessica lächelte, fühlte, wie ihre Ängste schwanden. Sie war plötzlich gefangen von der Idee, noch weitere genetische Spuren an ihm auszumachen, die auf sie hindeuteten. Und sie fand sie. In den Linien um seine Augen und den Zügen seines Gesichtsschnitts sah sie sich selbst. Wenngleich sich eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Vater nicht verleugnen ließ. Sein Aussehen erschien Jessica wie die Essenz einer ganzen Reihe zufälliger Gegebenheiten. Sie konnte sich nur mit aller Gewalt dagegen wehren, neben dem Bett auf die Knie zu fallen und ihr schlafendes Kind zu umarmen. Lautlos ging sie zurück und schloss sanft die Tür. Yue, unfähig mit anzusehen, mit welcher Hingabe Jessica ihren Sohn betrachtete, hatte sich wieder ans Fenster zurückgezogen. Warum hat Wanner mir niemals Kinder geboren? fragte er sich. Als Arzt habe ich immer gewusst, dass es keinen physischen Grund dafür gab. Oder steckten irgendwelche Motive der Bene Gesserit dahinter? Hatte man Wanner möglicherweise dazu auserkoren, einem anderen Zweck zu dienen? Und wenn ja, welchem? Dabei hat sie mich ganz sicher geliebt. Zum ersten Mal übermannte ihn die Vorstellung, dass er nur als Werkzeug benutzt wurde, dass er den Bauern in einem kosmischen Schachspiel darstellte. Eine Figur, derer man sich zur Erreichung solch hoher Ziele bediente, dass er sie sich nicht einmal vorzustellen vermochte. Jessica blieb neben ihm stehen und sagte, »Welch tiefe Unschuld ist doch im Schlaf eines Kindes.« Mechanisch, erwiderte Yue, »Könnten sich doch auch Erwachsene in einer solchen Weise ausruhen.« »Ja.« »Ich frage mich, auf welche Art wir diese Unschuld verloren haben,« murmelte Yue. Jessica sah ihn von der Seite an. Sie bemerkte den fatalistischen Tonfall sehr wohl, aber noch immer waren ihre Gedanken bei Paul und der Ausbildung und dem Unterschied, dem sein Leben hier unterworfen sein würde. Sein zukünftiges Leben würde sich radikal von dem unterscheiden, das sie einst für ihn geplant hatte. »Wir werden in der Tat einiges verlieren,« sagte sie. Sie sah auf einen Abhang hinaus, der sich zu ihrer Rechten befand. Auf ihm wuchs ein Gewürf von windzerzausten graugrünen Büschen mit staubbedeckten Zweigen und vertrocknet aussehenden Blättern. Der finstere Himmel hing über der Szenerie wie ein Farbklecks. Das milchige Licht der Sonne Kanopus gab ihnen einen silbrigen Ton, ähnlich der Farbe des Christmessers unter ihrem Gewand. »Der Himmel ist so dunkel,« sagte sie. »Es liegt an der mangelnden Luftfeuchtigkeit,« erklärte Yue. »Wasser,« stieß Jessica hervor. »Jeder Mangel auf dieser Welt lässt sich auf die Wasserknappheit zurückführen.« »Das köstliche Geheimnis Arrakis.« »Und warum gibt es so wenig?« »Es gibt Vulkangestein hier.« »Und selbst ich könnte Ihnen ein Dutzend potenzielle Energiequellen aufzählen.« »Es gibt Polareis.« »Angeblich kann man in der Wüste keine Bohrungen vornehmen, da die Stürme und Sandbewegungen die Ausrüstung schneller zerstören, als man sie installieren kann, wenn man nicht vorher den Würmern zum Opfer fällt.« »Aber man hat ohne dies niemals Wasseradern gefunden.« »Das Geheimnis, Wellington.« »Das wirkliche Geheimnis.« »Bergen die Brunnen, die man in den Senken und Wüstenbecken angelegt hat.« »Haben Sie davon gehört?« »Sie gaben einen Wasserstrahl von sich.« »Dann kam nichts mehr,« erwiderte er.« »Und genau das ist das wirkliche Geheimnis, Wellington.« »Es hat einst Wasser hier gegeben.« »Dann versiegte es.« »Gräbt man einen Brunnen in unmittelbarer Nähe des Ersten, kommt man zum gleichen Ergebnis.« »Ein Strahl, und dann ist es aus.« »Hat das eigentlich noch nie einen Menschen neugierig gemacht?« »Merkwürdige Sache,« meinte Wellington. »Vermuten Sie dahinter irgendeine Wesenheit? Hätte sich das nicht irgendwie aus dem Bohrschlamm nachweisen lassen müssen?« »Was hätte dabei an Auffallendem herauskommen sollen? Pflanzengewebe oder tierisches Leben? Wer würde es denn überhaupt als Einflussfaktor erkennen?« Sie wandte sich wieder den Büschen zu. »Das Wasser hört einfach zu fließen auf. Irgendetwas hält es zurück. Das ist jedenfalls meine Meinung.« »Vielleicht sind die Ursachen dieses Phänomens längst bekannt,« gab Yue zu bedenken. »Die Harkonnen haben uns zahlreiche Informationsquellen über diesen Planeten versperrt. »Vielleicht hatten Sie einen Grund dafür, uns im Dunkeln tappen zu lassen.« »Und welchen?« fragte Jessica. »Dann ist da noch das Phänomen der Luftfeuchtigkeit. Praktisch nicht vorhanden, zumindest nicht in messbaren Mengen. Aber sie ist die wichtigste Wasserquelle. Die Feuchtigkeit der Luft wird in Wasserfallen und Verdunstern aufgefangen. Die Frage aber ist, woher kommt sie?« »Von den Polkappen?« »Kaltluft nimmt nur wenig Feuchtigkeit auf, Wellington. Hinter dem Schleier, den die Harkonnen über Arrakis ausgebreitet haben, liegen noch viele andere wichtige Dinge, die wir erforschen müssen. Und nicht alle haben etwas mit dem Gewürz zu tun.« »Wir stehen in der Tat vor dem Schleier der Harkonnen,« gab Yue zu. »Vielleicht können wir...« Als er bemerkte, mit welch interessiertem Blick sie ihn musterte, brach er ab. »Stimmt irgendetwas nicht?« »Es war die Art, in der sie den Namen Harkonnen aussprachen, Wellington,« sagte Jessica. »Nicht einmal der Herzog spricht ihn mit einer solchen Verachtung aus wie sie. Ich wusste nicht, dass sie private Gründe haben, sie zu hassen.« »Große Mutter,« dachte Yue, »ich habe Misstrauen erweckt. Jetzt muss ich jeden Trick anwenden, den Wanner mir beigebracht hat. Es gibt nur einen Ausweg. Ich muss ihr die Wahrheit sagen. Jedenfalls, soweit dies möglich ist.« Er sagte, »Sie konnten nicht wissen, dass meine Frau Wanner...« Er zuckte mit den Schultern, versuchte, den in seiner Kehle sitzenden Kloß hinunterzuschlucken. Dann... »Die Harkonnen...« Er spürte, dass die Worte nicht über seine Lippen wollten. Mit einem Gefühl plötzlich aufkeimender Panik schloss er die Augen und spürte den Schmerz der Agonie, der seine Brust beinahe zerriss. Sanft legte sich eine Hand auf seinen Arm. »Verzeihen Sie mir,« hörte er Jessica sagen. »Ich hatte nicht vor, an einer alten Wunde zu rühren.« Und sie dachte, »Diese Tiere...« Seine Frau war eine Bene Gesserit. Die Zeichen sind untrüglich und zweifellos waren es die Harkonnen, die sie umgebracht haben. Jue ist ebenfalls eins ihrer Opfer und seine Bindung an die Atreides, ein Cherem des Hasses. »Es tut mir leid,« brachte Jue schließlich heraus. »Aber ich kann nicht darüber sprechen.« Er öffnete die Augen wieder und gab sich ganz seiner Betroffenheit hin. Dies. Zumindest dies war die Wahrheit. Jessica sah ihn an und empfand beim Anblick der hervorstechenden Wangenknochen, den dunklen Ringen unter Jues Augen und dem traurig herunterhängenden Schnauzbart ein tiefes Mitgefühl. Die tiefen Falten auf seiner Stirn hatten nicht das Alter, sondern die Sorgen geschaffen. Sie empfand plötzlich herzliche Zuneigung für diesen Mann. »Es war unverantwortlich von uns, sie an diesen gefährlichen Ort geholt zu haben,« entschuldigte sie sich. »Ich bin freiwillig gekommen,« erwiderte Jue. »Und auch das entsprach der Wahrheit.« »Der ganze Planet ist eine Falle der Harkonnen.« »Sie sollten sich darüber im Klaren sein.« »Es bedarf mehr als einer Falle, um Herzog Leto zu übertölpeln,« gab Jue zu bedenken. »Und auch das war keine Lüge.« »Vielleicht sollte ich ein wenig mehr Vertrauen in ihn haben,« sagte Jessica. »Er ist immerhin ein brillanter Taktiker.« »Man hat uns entwurzelt,« sagte Jue. »Und das ist der Hauptgrund für unsere momentane Nervosität.« »Eine entwurzelte Pflanze ist leicht zu vernichten,« meinte Jessica. Besonders dann, wenn sie in feindlicher Umgebung weiterleben soll. »Ist es sicher, dass die Umwelt uns feindlich gegenübersteht?« »Als sich herausstellte, wie groß das Gefolge der Atreides ist, hat es einige Unruhe wegen des Wassers gegeben,« erklärte Jessica. »Man konnte sie nur damit beruhigen, indem man ihnen versprach, neue Windfallen und Kondensatoren aufzustellen, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.« »Sie hat nur eine bestimmte Wassermenge zur Verfügung,« gab Jue zu bedenken. »Und die Leute wissen, dass je mehr von einer begrenzten Menge getrunken wird, die Preise in die Höhe schießen und die Armen sterben müssen. Aber offenbar hat der Herzog hier Abhilfe geschaffen. Die Unruhen müssen nicht bedeuten, dass die Leute ihm auch weiterhin feindlich gesinnt bleiben.« Aber die Wachen gab Jessica zu bedenken. »Überall, wo man hinsieht, stehen sie herum. Auf Kaladan haben wir so etwas nicht nötig gehabt.« »Geben Sie diesem Planeten eine Chance,« sagte Jue. Aber Jessica starrte weiterhin aus dem Fenster. »Ich kann die Tödlichkeit dieser Umgebung förmlich riechen,« sagte sie. »Bevor wir hier ankamen, ließ Harvard alles durch Agenten durchkämmen. Die Wachen dort draußen sind seine Männer. Die Packer gehören ebenfalls dazu. Sie haben ungeheure Summen angefordert, die meiner Meinung nach nur einem Zweck dienten. Der Bestechung einflussreicher Persönlichkeiten.« Sie schüttelte den Kopf. »Wo Tufir Harvard geht, sind Tod und Täuschung seine Begleiter.« »Sie machen ihn schlechter, als er ist.« »Ich mache ihn schlecht? Ich lobe ihn.« »Tod und Täuschung stellen im Moment unsere einzige Hoffnung dar. Ich mache mir nur keine falschen Vorstellungen von seinen Methoden.« »Sie sollten sich mit irgendetwas beschäftigen,« schlug Jue vor. »Verhindern Sie, dass sich in Ihren Gedanken solche morbiden beschäftigen?« »Beschäftigung nimmt in den größten Teil meines Lebens, Wellington. Ich bin die Sekretärin des Herzogs und so stark beschäftigt, dass ich jeden Tag neue Dinge fürchten lerne. Dinge, die nicht einmal er bemerkt.« Sie presste die Lippen aufeinander und sagte spröde. »Manchmal glaube ich, dass er mich nur wegen meiner Bene Gesserit-Ausbildung erwählt hat.« »Was wollen Sie damit sagen?« Jue fühlte sich von dem zynischen Tonfall und der darin enthaltenen Bitterkeit, die er an ihr noch nie bemerkt hatte, tief betroffen. »Glauben Sie nicht auch, Wellington?« fragte Jessica, »dass man einer Sekretärin, die einen liebt, etwas mehr vertrauen kann.« »Dieser Gedanke ist ihrer nicht würdig, Jessica.« Der Tadel glitt wie von selbst über seine Lippen. Es gab für ihn keinen Zweifel, welche Gefühle der Herzog gegenüber seiner Konkubine hegte. Man brauchte nur darauf zu achten, mit welchen Blicken er sie bedachte. Sie seufzte. Sie haben recht. Es ist wirklich unwürdig. Erneut schlang sie die Arme um die Schultern und fühlte das verborgene Christmesser, wie es gegen ihr Fleisch drückte und sie daran erinnerte, dass es einer unerfüllten Funktion diente. »Es wird bald Blutvergissen geben«, fuhr sie fort. »Denn die Hakonnen werden nicht eher ruhen, bevor nicht sie oder der Herzog vernichtet sind.« Der Baron wird niemals vergessen, dass Leto sein Cousin von königlichem Blut ist, egal welcher Seitenlinie er auch entstammt, während er selbst seinen Titel lediglich der Mafia zu verdanken hat. Und das Gift, das sich in seinem Bewusstsein ausgebreitet hat, ist das Wissen, dass ein Atreides einen Hakonnen nach der Schlacht von Korren der Feigheit bezichtigt hat. »Der alte Streit«, murmelte Yui. Ein Moment lang durchzog der Hass seine Adern wie Säure. Der alte Streit hatte auch ihn ins Netz gezogen. Und er hatte Wanner getötet. Oder sie der Gewalt und den Folterungen der Hakonnen ausgesetzt, die so lange andauern würden, bis ihr Mann seinen Auftrag erfüllt hatte. Der alte Streit war schuld daran, dass er nun ein Teil dieser Affäre war und ebenso die Atreides. Es war eine ungeheure Ironie des Schicksals, dass ich das Ende dieser Feder ausgerechnet auf Arrakis abspielen musste. Auf dem Planeten, der hauptsächlich deswegen bekannt geworden war, weil die auf ihm wachsende Melange das Leben verlängerte und die Gesundheit erhielt. »Woran denken Sie?« fragte sie. »Ich denke daran, dass das Gewürz auf dem freien Markt zur Zeit 620.000 Solaris per Dekagramm einbringt. Das ist eine Summe, für die man viele Dinge kaufen kann.« »Hat die Habsucht nun auch Sie befallen, Wellington?« »Es ist keine Habsucht!« »Was dann?« Er zuckte mit den Schultern. »Nutzlosigkeit«, erblickte sie an. »Einnern Sie sich daran, als Sie zum ersten Mal den Geschmack des Gewürzes auf der Zunge spürten?« »Es schmeckt wie Zimt.« »Es schmeckt jedes Mal anders«, führte Jui aus. »Es ist wie eine lebende Substanz, die Ihnen jedes Mal, wenn Sie es nehmen, ein anderes Gesicht präsentiert. Es nimmt Einfluss auf den Körper, der, wenn er einmal herausgefunden hat, dass das Gewürz gut für ihn ist, seinen Geschmack jedes Mal anders empfindet. Das führt bis zu einer leichten Euphorie und ist, wie das Leben selbst, nicht synthetisch herzustellen. Es wäre vielleicht besser gewesen, wir hätten uns dem Zugriff des Imperiums entzogen und wären abtrünnig geworden,« wirft Jessica plötzlich ein. »Sie hatte ihm nicht zugehört,« stellte Jui fest. »Aber was sie gesagt hatte, führte ihn zu dem Gedanken, sie hat Recht, aber warum hat sie nicht versucht, den Herzog davon zu überzeugen, dass dies der einzig gangbare Weg ist. Es wäre kein Problem für sie gewesen.« Schnell, bevor sie auf ein anderes Thema überwechseln konnte, sagte er, »Würden Sie es für eine Unverschämtheit halten, wenn ich Ihnen eine persönliche Frage stellte, Jessica?« Die unter einem unerklärlichen Schmerz drückte Jessica sich gegen den Fenster-Sims. »Natürlich nicht. Sie sind mein Freund. Warum haben Sie nie etwas unternommen, damit der Herzog Sie heiratet?« Sie fuhr herum, starrte ihn an. »Etwas unternommen, damit er mich heiratet? Aber...« »Ich hätte Ihnen diese Frage nicht stellen sollen,« entschuldigte sich Jui. »Nein!« Sie schüttelte den Kopf. »Das hat politische Gründe. Solange der Herzog unverheiratet bleibt, besteht für eine Reihe anderer hoher Häuser noch immer die Möglichkeit, zu einer Allianz zu kommen.« Und... Sie seufzte. »Leute gegen ihren Willen zu etwas zu zwingen, ist ein zynischer Verstoß gegen die Menschenrechte. Es würde jeden Betroffenen entwürdigen. Hätte ich ihn dazu gebracht, wäre das nicht aus seinem eigenen Antrieb geschehen. Es hätte alles nach Falschheit gerochen. Diese Worte hätte ebenso Wanner sagen können, murmelte er. Auch dies war eine Wahrheit. Jui presste eine Hand gegen seinen Mund und schluckte schwer. Er war dem Versuch, alles zu verraten und seine geheime Rolle offen auszusprechen, in diesem Moment näher als jemals zuvor. Aber Jessica verhinderte mit ihren eigenen Worten, dass er es aussprach. Nebenbei gesagt, Wellington, besteht der Herzog in Wahrheit für mich aus zwei Personen. Eine davon liebe ich sehr, denn sie ist charmant, witzig, aufopfernd und zärtlich und besitzt alles, was eine Frau in ihren Bann schlagen kann. Aber der andere Mann ist eiskalt, gefühllos, fordernd, ichbezogen, beißend wie der Nordwind. Es ist der Mann, der nach seinem Vater schlägt. Ihr Gesicht versteinerte sich. Wäre der alte Herzog nur gestorben nach der Geburt seines Sohnes. In der sich nun entwickelnden Stille hätte man eine Stecknadel fallen hören. Jessica nahm einen tiefen Atemzug und sagte, Leto hatte recht. Die Räumlichkeiten hier sind viel hübscher als die anderen Sektionen des Hauses. Sie sah sich um, ließ einen Blick durch das Zimmer schweifen. Sie werden mich jetzt entschuldigen müssen, Wellington. Bevor ich endgültig festlege, wie die Aufteilung der Räume erfolgt, möchte ich noch einen Blick in die anderen Flügel des Gebäudes werfen. Jue nickte. Natürlich. Und er dachte, gäbe es doch nur einen Ausweg für mich. Jessica ließ die Arme sinken, ging zur Tür hinüber und blieb dort einen Moment lang zögernd stehen, bevor sie hinausging. Die ganze Zeit während unseres Gesprächs hat er irgendetwas in sich unterdrückt und vor mir verborgen gehalten, dachte sie. Vielleicht wollte er mich nicht beunruhigen. Er ist ein guter Mann. Erneut hielt sie mitten im Schritt inne. Es drängte sie danach zurück zu gehen und ihn offen danach zu fragen. Aber das würde ihn nur beschämen, wenn er merkt, dass man seine Emotionen so leicht entschlüsseln kann. Ich sollte meinen Freunden mehr Vertrauen entgegen bringen. Es ist viele nicht verborgen geblieben, mit welcher Schnelligkeit sich Moadib den Erfordernissen Arrakis anpasste. Natürlich war die Ausbildung der Bene Gesserit dafür verantwortlich. Was andere Faktoren anbetrifft, so ist dazu zu sagen, dass Moadib deshalb so schnell lernte, weil seine Lektion beinhaltete, wie man effektiv Informationen sammelt. Es ist schockierend festzustellen, wie viele Leute glauben, dass sie lernunfähig seien oder Informationen doch nur unter größten Schwierigkeiten sammeln können. Moadib war davon überzeugt, dass jede Erfahrung ihre eigene Lehre enthielt. Aus Die Menschlichkeit des Moadib von Prinzessin Irolan Paul lag auf dem Bett und stellte sich schlafend. Es war eine Kleinigkeit gewesen, die Schlaftablette Dr. Yuese in der Handfläche verschwinden zu lassen, anstatt sie zu schlucken. Paul unterdrückte ein Gelächter. Selbst seine Mutter war davon überzeugt gewesen, dass er schlafe. Eigentlich hatte er aufspringen und sie um die Erlaubnis bitten wollen, das Haus zu erforschen, aber er hatte irgendwie gewusst, dass sie das abgelehnt hätte. Die herrschende Unordnung war noch zu groß, neue Umgebung zu unbekannt und ungefestigt. Naja, vielleicht hatte sie recht. Wenn ich mich herausschleiche, ohne jemanden gefragt zu haben, dachte er, verstoße ich auch nicht gegen ein Befehl, aber ich werde trotzdem hier bleiben. Die Sicherheit geht vor. Er hörte seine Mutter im Nebenzimmer mit Juye sprechen. Ihre Worte waren verwirrend. Sie sprachen über das Gewürz und die Harkonnen. Die Konversation wurde lauter und wieder leiser. Pauls Aufmerksamkeit wandte sich dem zerkratzten Kopfende des Bettes zu. Es war eine Attrappe, die in Wirklichkeit eine Reihe von Reglern enthielt, mit denen man verschiedene Funktionen des Raumes steuern konnte. In das Holz war ein hüpfender Fisch auf sich kräuselnden Wellen eingeschnitzt und er wusste, dass die Suspensorlampen aktiviert wurden. Wenn er eine der Wellen berührte, würde das die Feuchtigkeit der Luft regulieren, während eine andere für die Zimmertemperatur zuständig war. Leise setzte Paul sich im Bett auf. Zu seiner Linken stand ein breites Bücherregal auf Schienen, hinter dem sich ein eingebauter Kleiderschrank befand. Die Klinke der Tür zum Flur war einem Ornithopter nachempfunden. Der ganze Raum war so konstruiert, dass er das Herz eines 15-jährigen Jungen im Sturm erobern musste. Ebenso wie der ganze Planet. Er dachte an das Filmbuch, das Yui ihm gezeigt hatte. Sein Versuchsstation in der Wüste. Das Buch war bereits geschrieben worden, bevor man das Gewürz entdeckt hatte. Namen schossen durch Pauls Gehirn und bei jedem Einzelnen hatte er das danebenstehende Bild vor seinem geistigen Auge. Saguaro, Eselsbusch, Dattelpalme, Sandverbena, Abendprime, Fasskaktus, Weihrauchgebüsch, Rauchbaum, Kreosotebusch, Wüstenfuchs, Falke, Kängurumaus. Namen und Bilder, Bilder und Bezeichnungen aus der irdischen Vergangenheit des Menschen. Viele davon gab es außer auf Arrakis nirgendwo mehr. Und so viele neue Dinge, die man kennenlernen musste. Das Gewürz und die Sandwürmer. Paul hörte, wie im Nebenzimmer eine Tür geschlossen wurde, die sich entfernten Schritte waren die seiner Mutter. Paul zweifelte nicht daran, dass Dr. Yui nebenan genügend zu lesen finden würde, um sich in ein anderes Zimmer zurückzuziehen. Dies war der richtige Moment, eine Forschungsreise zu unternehmen. Paul schlüpfte aus dem Bett und griff nach dem Regal, hinter dem sich der Kleiderschrank befand. Ein Geräusch in seinem Rücken ließ ihn mitten in der Bewegung innehalten. Er wandte sich um. Der geschnitzte Kopfteil seines Bettes sank langsam in die Tiefe und hielt genau dort, wo sich soeben noch sein Kopf befunden hatte. Paul hielt den Atem an und verharrte regungslos, was ihm das Leben rettete. Aus dem Hohlraum hinter dem Kopfende kam ein winziger Jägersucher zum Vorschein. Er war nicht größer als fünf Zentimeter. Paul erkannte ihn sofort. Es handelte sich um eine gebräuchliche Waffe von Attentätern, über die adelige Kinder so früh wie möglich aufgeklärt Körper seines Opfers eingrub und dort wichtige Organe beschädigte, musste von jemandem gesteuert werden, der sich in unmittelbarer Nähe befand. Der Sucher stieg etwas höher und schwebte prüfend im Raum hin und her. Die Funktionsweise des Geräts kam wie von selbst in Pauls Bewusstsein zurück. Das komprimierte Suspenserfeld beeinträchtigte die Sichtweite der eingebauten Fernsehkamera. Da es in seinem Schlafraum ziemlich finster war, würde sich derjenige, der das Instrument steuerte, auf Bewegungen konzentrieren müssen. Und zwar auf jede. Ein Schild konnte die Geschwindigkeit des Jägersuchers abwehren und einem Menschen die Zeit verschaffen, ihn zu vernichten, aber Paul trug keinen Schild. Auch der Schutzgurt lag auf seinem Bett. Hätte er über eine Laskan verfügt, hätte er den mechanischen Mörder abschießen können, aber Laskans waren sehr teuer und bedurften einer ständigen Wartung. Außerdem war die Gefahr, eine Laskan unter der schützenden Hülle eines Schildes abzufeuern, nicht zu unterschätzen. Im Allgemeinen vertrauten die Atreides auf ihre Körperschilde und ihre Findigkeit. Paul blieb reglos stehen. Es war ihm klar, dass nun alles von seiner Geistesgegenwart abhing. Erneut stieg der Jägersucher um einen halben Meter. Entlang der herabgelassenen Jalousien suchte er den Raum ab. Ich muss versuchen, ihn irgendwie zu packen zu kriegen, dachte Paul. Das Suspenserfeld sorgt dafür, dass er nicht leicht zu fassen ist, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss fest zupacken. Das Ding sank um einen halben Meter, flog nach links, drehte eine Runde um das Bett. Ein feines Summen ging von ihm aus. Wer ist es, der es steuert? fragte sich Paul. Es muss jemand in meiner Nähe sein. Ich könnte nach Juay rufen, aber wenn er die Tür öffnet, ist er so gut wie tot. Die Tür zum Flur, sie lag in Pauls Rücken, knarrte. Jemand klopfte. Dann öffnete sie sich. Der Jägersucher flog an Paul vorbei in Richtung auf die Tür. Paul ließ seine Rechte vorschnell und ergriff das Ding mitten im Flug. Es zuckte und summte in seiner Faust, aber seine Muskeln hielten es eisern fest. Mit einem gewaltigen Schlag rammte er die Nase des teuflischen Geräts gegen die metallene Tür füllung. Das Fernsehauge zersplitterte klirrend und der Jägersucher hauchte in Pauls Hand sein Leben aus. Er ließ trotzdem nicht locker, nicht bevor er sich seiner Sache sicher war. Dann hob er den Blick und starrte in die dunkelblauen Augen von Shadud Mabes. Ihr Vater schickt nach ihnen, sagte sie. Es sind Männer in der Halle, die sie eskortieren sollen. Paul nickte, während seine Augen erstaunt die seltsame Frau in ihrem braunen, sackartigen Gewand musterten. Erst jetzt bemerkte sie das Ding in seiner Hand. Ich habe von solchen Dingen gehört, sagte sie. Es hätte mich töten können, nicht wahr? Paul musste schlucken, bevor er fähig war, ein Wort herauszubringen. Ich war das Ziel, aber es ist auf mich zugeflogen, weil du dich bewegt hast. Und er fragte sich, wer ist dieses Geschöpf? Dann haben sie mein Leben gerettet, erwiderte sie. Unser beider Leben. Sie hätten mich aber diesem Ding ausliefern und entkommen können, meinte Mabes. Wer bist du? fragte Paul. Die Shadud Mabes, die Haushofmeisterin. Woher wusstest du, wo ich mich aufhalte? Ihre Mutter sagte es mir, ich treif sie auf der Treppe. Sie deutete nach rechts. Die Männer ihres Vaters warten dort. Es werden Havert's Männer sein, dachte Paul. Wir dürfen denjenigen, der dieses Gerät gesteuert hat, nicht entwischen lassen. Geh zu den Männern meines Vaters, sagte er, und sage ihnen, dass ich einen Jägersucher in diesem Haus gefangen habe und dass sie ausschwärmen und den Attentäter suchen sollen. Sag ihnen, dass sie das ganze Haus auf den Kopf stellen sollen, und zwar sofort. Sie wissen schon, wie sie vorgehen müssen. Der Attentäter kann nur ein Fremder sein. Und er fragte sich, und wenn sie es nun war? Aber das war unmöglich. Der Jägersucher hatte unter der Kontrolle eines anderen gestanden, als sie an der Tür stand. Bevor ich ihren Befehl ausführe, junger Herr, erwiderte Mabes, muss ich zwischen uns reinen Tisch machen. Ihr habt mir eine Wasserschuld auferlegt, aber ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, sie zu tragen. Doch wir Främen begleichen unsere Schulden, seien es nun Erbetene oder Unerbetene. Und es ist uns ebenso bekannt, dass in ihrer Mitte ein Verräter lebt. Wer es ist, können wir mit Bestimmtheit nicht sagen, aber wir sind sicher, dass es einen gibt. Vielleicht war es seine Hand, die hinter diesem Anschlag steckt. Paul nahm das Wort schweigen zur Kenntnis. Ein Verräter. Bevor er etwas erwidern konnte, hatte sich die seltsame Frau von ihm abgewandt und eilte davon. Er wollte sie zurückrufen, wurde aber den Eindruck nicht los, dass sie seinem Befehl keine Folge leisten würde. Sie hatte ihm ihr Wissen mitgeteilt und war nun unterwegs seinen Befehl auszuführen. In einer Minute würde es im ganzen Haus von Havertz Leuten nur so wimmeln. Und was hatte sie sonst noch für seltsame Worte gebraucht? Wir Fremen? Sie gehörte also dazu. Er prägte das Abbild ihres Gesichts seinem fotografischen Gedächtnis ein. Die ausgetrocknete faltige Haut, die völlig blauen Augäpfel und schließlich diese seltsame Bezeichnung. Die Schadut Mabes. Den zerstörten Jägersucher immer noch fest im Griff halten, trat er in den Raum zurück, nahm den Schildgurt vom Bett, schlang ihn mit der linken Hand um die Hüfte und schloss ihn. Dann rannte er auf den Korridor hinaus zu der Halle hinunter, die zu seiner Linken lag. Sie hatte gesagt, seine Mutter sei dort unten.